Hallo und hier ist Dick und hier ist doof und heute spielen wir GUN GUN BLOOD GUN BLOOD Also ich spüre es eigentlich ganz simpel, wir dürfen uns da irgendeinen komischen Scheiß drauf machen Wir machen noch ein wieder die Cheats Ah, ja, da stell mal die Cheatsfahrt Das ist ein Geld Wir verraten noch nicht weg Das ist ein Schwule aus, dein Neuergewirr Nicht den Mieterbrillen, der Neger Ich bin, da, jeder hat immer auch mit ihm Ja, kein Blatt Das ist so wie euer Wölber, was ist das Scheiße Das ist blutiger, aber lustig Jetzt muss ich den nächsten machen Dann bin ich mal, ich hab meine Reaktionen in der Feuer Da muss man sagen, ich hab ein bisschen abziehen dürfen, weil das der Nächste war Nein, wir müssen die Bonusrunde machen Was ist denn, wo er dich da schlagen hat, bitte? Er ist schon wieder Er ist von dem Typen gestorben los Alter, das muss man Und ich muss gegen dich schwören könnten Ich weiß nicht, wo ich da hinschieße Was ist das? Ich bin, da, ich bin, da Ich bin, da rein Wie, ich bin, so Wie, ich bin, so Wie, ich bin, wie, ich bin Ich bin Und ich will nur die ganze Zeit Ich will nur die ganze Zeit Du kannst nicht umnehmen die ganze Zeit Alter. Ja, das war Klick. Jetzt darf ich wieder etwas runter machen. Der Spiel ist im Himmel mit Spider-Pling ohne Vorschläge. Ich bin zu schlau, ne? Das ist die Schwierigste. NEEEIN! 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 Der ist stark. Hast du auch mit dem Intent Shader in den Klick und Snowman 25 auszuhören? GENDER CUT! Ich lustig das Spiel auch. Du hast auch immer gescheitert. HA! Kopfschuss! Das ist für mich. Ich will wahrscheinlich scheitern. JEEE, das ist geil. Du wirst wahrscheinlich scheitern. Töte die Vögel! Geil mich mit! Er hat es überlegt. BODY BODY DANCE NOW! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Jetzt machen wir drei. Auf den Boden mit dir! Oh! Oh! Als du erst vor's warst. Ich war erst. Wie war's? Oh. Ich will dann zuerst nicht gewissen. Ich will dann zuerst nicht gewissen. Ich will dann zuerst nicht gewissen. Ich möchte wieder die Freunde da nicht. Ja. Everybody dance! Wieso? Ich muss jetzt nicht raus. Oh! Oh! Ich hoffe... Wie er das heute hat. Oh! Und ein bisschen schief, oder? Alter! Ich hab aber früh das draufgeschossen. Jawohl nicht. Du schaffst das wieder an. Ja, ich hab doch gesagt, Kopfschuss. Ja, von dem musst du an der Zeitung schießen. Kopfschuss. Kopfschuss. Ich hoffe das. Ich hoffe das. Ha, voll, hab ich's geschossen. Ich hab ihren Hut oben gefasst! Nein! Nein! Das war so schweig. Die Schüsse rein. Ha, 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 ha! Nicht haben! Ha, ha, ha! Gelöchert. Bei dem ganzen Herzklopfen da denkt man kriegt man irgendwie ein bisschen Schiss verliegt. Ha, 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 ha! Unentschieden! Unentschieden! Das war schein. Das war schein. Ha, ha! Du hast schon, wenn man siehst, den Strich, da siehst du. Ha, ha! Unentschieden! Nein, wir werden fünf Pferdschüsse verflasst. Prost. Nein, weil ich hörte es einmal auf, ich bin voll gut in dem. Wir pflanzer mal. Mal, das ist der Snowman 25 Spreak, der Spürtel. Everybody dance now! Wer ist denn, Mann? Natürlich, sie! Daddy! Du bist ein Schwarz, als du redest keine Scheiße! Alter! Du hast zumindest jemanden nicht versagt. So jängerlich! Nein! Nein! Da hab ich schon in... Das ist schon wieder. Ja! Perfekt! Ja, ich kann das wieder. Aber! Mixer Nein Voll in die Bluts Oh, ich hab schon mal die Bluts gesagt, ne? Ja, was? Danke Hahahaha Hahahaha Scheiße, war immer da Aaaaaaah Aaaaaaah Wie lange sollte die Folge werden? Bis zum siebten Typen schaffen wir Halbe Stunde? Alter, eine halbe Stunde, die das gleiche Scheiße tun Natürlich doch! Alter, was ist los mit den Typen? Und nachher dann mal mit Cheats, okay? Cheats ist geiler Alter, was ist los mit den Typen? Das sind die Typen stark Na, spür mal Apple Shooter Was ist das? Oder wie immer das heißt Halt, wo mein Opfer hab ich schon so muss, gell? Ja Ich bin mir halt an, okay Dann machen wir jetzt dann noch den, wenn wir jetzt sterben Schluss, ich zahlen wir die Typen Und dann machen wir kleine Karten zahlen wir dann die Typen gleich Ja Hahahaha 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 Jetzt ist er gerade, Padumch Hahahaha 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 Ja denn du hast echt guckt Ja, deswegen tue er immer so Ja, sonst muss man so wild ausholen Alter, das war geil Hahahaha 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 Na ja, dieser war geil Nein, zieh ich die Schlampe, ne? Erste Wahl geschafft! Nein, nein, nein! Mit der Letzten! Die hat ja kein Mund mehr gehabt! Genau, wir haben aber heute mal einen Tropfen verloren. Du kriegst nie einen Ratschot-Damm, oder? Ich schaffe nur noch ein. Der ist für Scheiße! Der ist für Scheiße! Ich überspüre erst einmal, oder? Ja! Nein! 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 Oh! Mit dem Messer! Ja, ich weiß, aber das meldet ich nicht morgen. Weil ich da meistens vorweigele. Schau uns auf! Wie ist das Messer? Ja! Hier hat er sein Gesicht! Krittes! Ja! Entferne ihn! Stürmer! 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 Safe score! Bader! Ja, wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Wo sind wir? Oder hier? Nein, nur hier! Da ist der schedules歌. Aha, die Top 200! doch keine 엄마 neidern. Sorry, wir machen jetzt noch Lektar! er jetzt noch mal an die tippe abgabend abgabend als erdauer erster schießt der heißt hohen zahl also ein gewermerkmal an wo er in den abgabend wird dies nicht bekommt man einmal zu verwendern und ich bin der Arme eine erinnern sie allerdings Ja, jeder Ahnung, bis wir jetzt sterben. Ja. Ah! Ja! Ich bin endlich. Du darfst nicht, ne? Natürlich ist scheiße schwer. Stirb! Krieg mal so einen Laserpointer oben. Was für die beste Zeit, was den will ich nicht gern, oder? Hey, übrigens, ich bin endlich. Zwei Mal. Ah! Du Arschgesicht! Wie oft wieder so niedrig, als wäre er getrunken. Jetzt wissen wir, woher die ganze Floschloch hat. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Ja. Muss schön sein. Es gibt einen Cheat, wo man endlich viel aushältet. Das ist geil. Das ist geil. Ja. Ihr könnt richtig zügen, wo man nicht... Ja, ich finde, das ist richtig geil. Ich hab mich nur an den Strich gewöhnen müssen. Ja. Gut. Alter! Okay, das war's mit denen wieder einmal. Auf scrollen, Amri. Das war's mit denen wieder. Ähm. Ja. Gut, dann sind wir wieder mit uns am zweiten. Okay, wenn du das eigentlich zu machen willst. Cheat. Nämlich Fast Fire. Und dieser Cheat macht, dass er sich nicht zu machen will. Das man viel schneller schießen kann. So richtig geil. Next round. Im Fernsehen hat jetzt schon geschaffen. Ja. 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 Noch einmal. Damit man ein bisschen zacken hält. Ja. Da kann man einfach viel schneller schießen. Kann man sehen. Oh mein Gott, wie hast du ihn reingeschossen? Er hat nicht einmal gepuckt. Ah, ah, scheiße. Alle beide verwundet. Alter, der war scheinbar. Das ist ein Applaus für den. Nicht du mitklatschen. Ich schieße mal seinen Zylinder rüber. Ja, ich hab's Lust. Endlich. Ja, du hast es geschafft. Ich hab's auch geschlossen. Oh, das ist ein lustiges Spiel. Zwischendurch einmal etwas Blutiges zu spülen. Du hast das Rolllöft, weil du daneben geschlossen hast. Nein, nicht Restart, was? Lass ich mich killen. Schast du es? Schast du es? Schast du es? Er hat's geschuft mit dem letzten Schuss. Mein Menü. Also. Noch eins. Sag mal an der Stelle wieder tschau. Und such mal nix. Bye, bye. Geht rein. Tschau. Wunder Summer wieder. Wieso klappt es du? Weil ich dich jetzt nicht will? Das ist mir noch nie aufgefallen, auf die Straße kommen. Jeder, die geklatscht so positiv. in den okay der nächste Schild ist noch ab und wenn man mit dem Niederland der Füge leichter zum schießen neben der Tarn mit Niedern der Schild und mit diesem Schild na wo es klappt sind Moor Amor das macht mehr Munition der Städte der Gewaltigen er hat und wird dann in der Welt dann Ich wollte ihm... 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 Tadadadada! Alter, schau! Oh, der Aushol! Ich weiß es auch nicht, dass ich noch ein Angriff schiebe. NAAAAN! Und da habt ihr es jetzt eigentlich gesehen. Wart einmal zeigen wir es euch noch. Wart noch, bis der Dicht ausseiten und sich die Schüsse verbraucht hat. Wart einmal nicht. Und wer seht's? Wieso tust du es denn noch nicht sagen? Mit den nächsten Typen. Oh, gut. Und das war's jetzt. Wart, muss man denn noch? Jetzt muss ich sterben. Hüi! 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 Der Computer noch geht trotz komische Geräusche, weil er seine Lüftung hin und nichts. Hüi! 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 Na! Na, schweißt du dann mal. Hüi! Bist du behindert? Ja, geschafft! Erst wird gestorben. Wo ist denn das letzte klar? Wo sind das letzte klar? Wart dann nicht. Der Milchdruck schreift wahr. Oh. Oh, um dieoverzistenbarriere hin. Nein! Na, okay, jetzt hau. Dann gibt's noch? Er hat noch, oder? Ja, aber die haben gesagt, dass wir nicht so oft nehmen. und also also auch aus dem das war jetzt wieder bei den letzten Schicksal mit einem neuen und der ist behindert er ist der Dantig noch nicht und das ist etwas in der Einzelhandel und da ist noch nicht aber was soll ich die Scheiße ist er es ist okay mit der Mannschaft was bis zu meinen Mund er und von uns leben von dem er hat schon und er hat den Bogen Du Deine eine 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 ist Boah Boah Ah Ay Ay Aaaaah Bistle Leben Scheiße Nooo Bistle Leben Der Kühlschrank Ein Drive Bonus Level Aber da selber nicht mehr kann es Ich habe mich schon geschreckt, dass die Tata das erste Woh Rund auf den Boden! Oh, sie hat vor dich gekniet. Okay, ich glaube, wir sind da wieder auf. Ich schreck mir natürlich wieder, dass da schier ist und du nichts mehr merkst. Ja, hast du da was? Jetzt nicht mehr! Noch weniger! Noch weniger! Okay, das war ein kleines Erbauch. Schaffst du das? Oh, 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 oh! Das ist kein Mund mehr. Mund mehr. Mund mehr. Mund mehr. Mund mehr. Alter, wie behindert du mit deinem Lampow bist? Äh, 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 er lässt noch. Sein Zeichen wurde gebrochen. Und er ist dran verreckt. Und er mit deinen Hut! auch die Knie und wenn wir sind das ist als er die Begründung die Städte Scheiß Vögel hat wieder schießt du mal direkt auf die Eierluchtaner? Eiersack! Eiersack! Oh, schau! Was hast du denn gesagt? Ich habe es jetzt einfach! Okay, an dieser Stelle zeigen wir euch jetzt Nummer 2 Sachen. Die sind eigentlich eh ganz einfach, muss ich sagen. Also, tschüss. Hier sind wir wieder. Also, das erste ist mein Level. Ich weiß jetzt eigentlich nicht, wieso ich Pause geschauten habe, weil ich den auswendig kenne. Wenn wir da jetzt Level 9 einschreiben, dann machen wir Level 8, damit der Stefan einen scheinen Spaß. Kommen wir automatisch zu Level 8. Oh mein Gott! Wie sind wir schnell weit gekommen? Hast du es gesehen? Scheiße! Die Cheats! Jetzt! Wieso? Wo geht's jetzt? Ja, so. Ja, so. Ja, wieso? 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 feeds Neo Ohaah... Nein! Vollgebar! gerecht ist mein Name, ne nicht? Nein, ordenna... war ein Beispiel, es gab eine amor Er所以呢 abroad bei der Sonnensammlung darüber in Dessert Holcomb. Total professionals. Ah, es ist das sage, Holmse, ich weiß eigentlich nicht, bist du aber dabei!! Na vier! Prozent Prozent ein paar Prozent ab in die Behinderung zusammen schreiben natürlich alles die Kontinu in der Türkei Nürnberg ja 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 du wirst mich niemals töten Messer Mann Prozent ja Alter, da wäre doch vieles in Schädel geflogen. Schau mal, wie das richtig hält. Na, ich war schon öfters bei dir, wenn du sehen kannst. Früher sind Schädel, Mann. Der Kind, ey. Das letzte Einwand. Das war's, glaube ich, und man kann halt bonus drei, zwei, eins, alles einig bleiben. Stefan, der Pro. Alter, schau mal wieder auf. Gut, und jetzt, das Wort mit der Raumklammer? Ja, jetzt spielen wir nur Apple Shooter noch, so meine auch, und wir noch haben so wieder ein Stück, tschau zu euch. Hoffen wir uns sehen. Und bis zum... Nächstes Mal. Video. Von Dick und Doppel. Tschau. Tschau.